Hallo, was geht weiter? Mit Smash, mal wieder. Heute... Mein Luigi gegen deinen... Man sieht's schon, bei dir schon, aber... Meinen Bowser. Uptilt. Heute tut mir der andere Bruder gegen Bowser kämpfen. Der gute Bruder. Ja. Hola. Achso. Was? Ich dachte, ich hab dich gekriegt. Ich halt auch. Da hat er was gemacht. Keine Ahnung, Luigi und Priorität kennt man ja. Das war der Falsche. Egal. Alles in Ordnung. Alles klar. Schön ist... Ich brauch nicht viel Prozent auf dir. Und ich kann einfach smashen und... Alles ist wunderbar. Ja, das ist halt leider echt. Ha, 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 ha. Alles klar, gut. Ich hab das so wohl gesehen. Weißt du, da kommt ein Tor und dann... ...heißt das, jetzt gibt's Stress. Was? Ahh, ha, 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 ha. Ah. Alles klar. Ha, 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 ha. Wuh! Ich bekomme zwar eh kein Missfire, aber okay. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich jemals ein Missfire bekommen habe. Das sagt er jetzt nur, weil er hier in der Folge ein Missfire haben will. Alles klar, warum auch nicht. Was war das? Alles klar. Das gute ist, Baus hat so eine fette Hitbox, das heißt, dieser Jab-Ding funktioniert auch ein bisschen. Schade. Idiot. Moment. Okay, gut. Ich bin wieder raufgekommen. Was? Nein. Nein. Ich roll einfach. Mann, gib mir doch ein Missfire. Nein. Einmal. Na. Huh. Ich hasse Luigi. Komm schon. Und. Hör auch so lange zu. Chill weg mit dir. Sehr genau. Mann. Nein. Nein. So. Leider bist du fett. Also das würde ich was probieren, aber vergiss es. Huh. Leider ist mein Bowser seit nicht so gut hier. Wir werden gleich viel Leben haben. Jetzt sind ja trotzdem für Damage benutzen. Huh. Na. Ah. Du weißt scheiße. Genau das ist die Liebbar aus der Hitbox. Die macht es Spaß. Der Bowser ist wirklich viel zu fett. Der ist erwischt mir zu einfach. Ah. Holy Shit. Oh Mann. Weiter geht's. Jo. Ah. Ja. Immer die wie hier. Bowser. Füße aus Blei. Mhm. Bowser ist ein harter Bursche. Siehste? Ja. Die Tipps geben mir recht. Aber nein. Der Kappa hat ja was gegen Bowser. Nein. Ich mag Bowser. Ich finde es ganz schön rassistisch von dir. Der Dude. Das war sogar der Charakter, den ich glaube es nur auf dem 3DS gespielt hat. Ja. Genau. Genau. Das würde ich jetzt auch sagen. Ne. Ist halt wirklich so. Aber dann kann man es immer in die Wii U, sondern da hatte ich andere Charaktere. Hoppala. Nein. Oh. Der ist zu langsam. Puh. Alles klar. Das war zu klar. Obwohl. Ich habe es doch nicht so oft gemacht. Ok. Das ist bei Luigi nicht so oft. Aua. Und nochmal. Hoppala. Das war... Ich wollte... Okay. Okay. In Ordnung. Das war eigentlich nur auf Smash mehr. Wenn ich nicht mal das hinkriege. Das ist traurig. So. Aua. Das ist für dich wie. Das ist nicht nett. Einfach nochmal uns smash und smashen. Oh. Was? Was? Okay. Okay. Gut. Ich hatte keinen Jump. Alles in Ordnung. Das hätte schlechter ausgehen können. Ja. Ich weiß, du bist nicht sicher, was du jetzt vorhattest. Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig. Vorsichtig. Aaaaah. Priorität. Äh. Hättest vielleicht mal öfters B, das ist beim Sägen glaube ich. Nein. Die Map hat mich eingesperrt. Wir sollten uns entscheiden, welche Omega Maps in Ordnung sind und welche nicht. Glaube ich. Ich glaube es gibt... Aber hier ist keine Musik. Ich glaube es gibt einen Grund, warum manche Omega Maps für Kompetitiv nicht erlaubt sind. Was war das? Die Sache ist nicht nur wegen der Musik. Du musst sterben. Ich will keine. Ich will nicht so sterben. Okay. Das war... Warum? Das soll... Alles klar. Er hat einen Jab gemacht. Da. Was soll das? What the fuck? Das war jetzt zwei Matches, oder? Ja. Das war es schon. Sechseinhalb Minuten. Geil. Ich hatte... Erste Invaluid. Haben wir nicht eigentlich gesagt, dass die späteren Matches länger gehen? Ja. Aber da wusste ich nicht, dass die Map mich beim Hoch B einsperrt und ich nicht hochkommen kann. Alles klar. Was war das denn? Ähm. Wenn du schon sagst, sechs und halb Minuten. Passt. Ähm. Streck mal auf zehn Minuten. Danke. Nein. Alles wichtig in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Bis denn. Ciao. Ciao.